Irritiert mich jetzt, dass da nicht mehr passiert ist. Nur Faust. Wo war jetzt überhaupt die Gelbe? Wann die Gelbe nicht irgendwo da oben gelegen? Ja da. Krieg ich die überhaupt von hier? Ne oder? Ich verreck doch damit, wenn ich da rein laufe. Völlig richtig, ok. So, ich habe da hinten noch was übersehen. Das ist ein unnötig großen, komplexes Level. Achso, das ist der Ausgang. Ähm. Ich glaube, ich laufe da gerade aus der falschen Richtung raus rein. Ja, definitiv. Gut, gehen wir erstmal, ich weiß gar nicht, wo gehen wir lang? Oder frage, wo ist denn hier lang? Geh mal da lang. Da lang gehe ich mal. War hier nicht schon. Muss noch ein anderes Mal gewesen sein. Muss ein anderes Lagerhaus gewesen sein. Hm. 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 Ich verrufe mich doch nicht so an. Ich bin empfindlich auf den Ohren. Ich mag keine lauten Geräusche. Mag ich wirklich nicht. Ich bin kein Freund, wenn irgendjemand draußen hupt. Äh, Faustkampf ist nicht so meins. Faustkampf ist nicht so meins. Kann das einfach nicht. Ich glaube schon wieder falsch. Ich glaube, wir mal hier hoch. Äh, was ist hier? Nix. Hello Key habe ich nicht. Ich spiele immer alles, was man will. Keyes, Keyes, Keyes. Äh, ich habe mal einen roten. Habe ich irgendwo eine rote Tür? Äh, lass mich raten. Die rote Tür wird rot eingezeichnet. Moment, da bin ich rausgekommen. Rote Tür. Hatten wir eine rote Tür. Ähm. Im gelben Key mal an die Decke gucken. Achso. Äh, Decke gucken, hallo. Ist ja nicht albern. Ich kann gar nicht nach oben oder unten gucken. Kann gar nicht nach oben oder unten gucken. Ähm. Ähm. Nein. Dann komme ich nicht wieder weg. Da. Decke gucken, hallo. Halt. Da lang und dann. Da rein. Hallo, bin ich hier richtig? Ich möchte nach dem Weg fragen. Wie frage ich denn hier nach dem Weg? Dass ich nichts treffe. Das sind doch keine Secrets. Weil da läuft doch einfach dran vorbei. Das ist doch kein Sekret, ne? Nichts. Das ist doch einfach nur dran vorbeilaufen. Ähm. So geht's nicht weiter. Das ist blau, kann man mal bewegen. Äh. Das sind verschlossen, fest geschweißt oder sowas. Keine Ahnung. Ah, toll. Ah, jetzt da offen bestehe. Ich hätte vielleicht nicht gleich alle drei Schilder drücken sollen. Ähm. Hä, hätte vielleicht nicht zu müssen. Da braucht es noch 2 mal Random. Es kommen 1 und besser kriegen den Schaden mal 10. Sonst würde ich sagen, es sind 20 und 200 Schaden. Ich verstehe. ja keine ahnung sind jetzt ein bisschen zu viele aufeinander ja ich hatte diese kleinen viecher das ist doch kein secret das ist einfach nur ein raum der offen ist wo ich reingehe und eine waffe mitnehme wieso ist das ein secret ich bin nur hier reingegangen habe was mitgenommen so jetzt zu der frage bringt wo muss ich hin weiter noch nicht da unten war ich noch irgendwie noch nicht noch gegner gibt noch drei irgendwo aber brauche ich hier da gerne erst irgendwie so ein anzug so was nein nein vielleicht gibt es noch einen alternativ weg oder muss ich mich da einfach wieder selbst killen halber das ist überhaupt der richtige weg ich bin mir nicht sicher wo ich lang muss äh darf ich definitiv nicht kann mich denn in doom verlaufen das ist falsch ich glaube es ist auch nicht richtig hier lang zu laufen ne ich glaube es war nicht richtig ne ich könnte hier einfach mal da rein gehen aber das ist absurd ich glaube das funktioniert nicht ne ich glaube das hier funktioniert nicht so wie viel ist hier jetzt habe ich denn neun von zwölf soll hier noch was sein habe ich noch irgendwas offensichtliches ne irgendwie so gar nicht dann bleibt es nur bei neun von zwölf moment mal da ist er noch weich da schon ist das blieben wir das nur ein oder ist das farblich ganz anders moment ich kann mal kurz gucken und dann wenn nicht dann verlassen wir das level äh wo muss ich denn da jetzt lang dafür da lang gegner habe ich alle bis auf einen dass die seine scheiß dreckski das da unten rum eiert ich muss irgendwie da hoch komme ich da irgendwie hoch sieht so aus als würde es irgendwo da hoch gehen oder ich bild mir das nur ein ich glaube ich bild mir das nur ein gut dass das hier gerade auf der karte eingezeichnet wurde so ähm jetzt müssen wir ja zwei shellboxen in der box zum Beispiel hier noch krasen im bereich wo du dachtest wärst sowieso der normale einzige ausgang krasen im bereich ja das kann mir jetzt gestorben bleiben das Vieh ist ja jetzt lang ja passt schon das kann ich nicht mehr mitnehmen ach passt schon wiegewegen klein scheiß äh das wäre jetzt nicht irgendwie noch so da ist ein anzug frage ich habe raketen ich bin halt nur gerade nicht in der position das ist schon wieder ein Berserk äh das wolle ich jetzt nicht haben aber geht auch geht auch geht auch geht natürlich auch zur Not geht die Kettensäge auch ich werde mich jetzt vielleicht nicht von allen treffen lassen aber das wird auch ganz gut ich bin einfach nicht gut mit diesen scheiß Fäusten ich löse meine Probleme eher mit Argumenten als mit Fäusten Argumente wie Atomschlag äh was so oh ah das ist die falsche Waffe im Moment wow definitiv nicht mehr Raketenwaffe benutzen wenn die Gegner zwei Meter vor einem stehen hey hey das exelt können wir nicht durch dieses Loch pressen so pass ich nicht durch dieses Loch so fett bin ich gar nicht so fett bin ich doch gar nicht oh ich bin ziemlich fett Tomaten lieber sägen tatsächlich hm dann sägen wir vielleicht lieber mal hm wie die Raketen aus hm ich bitt mir schon wieder Sachen ein der Fock irgendwas schießt auf mich da drin Junge Junge ist doch nicht nett äh was bist du denn für lustiger Scheiß ähm ich hab keinen Anzug da möchte ich ehrlich gesagt nicht rein ohne Anzug aber ich weiß wo ein Anzug rumliegt so da wollte ich aber ohne Anzug rein äh was haben wir da lang noch ok auch nichts ohne Anzug der Exegg funktioniert nicht zwar bugt ich kann nicht raus muss ich wohl abbrechen sagt er auf die Uhr so hm geht dann in Folge nur noch ein Secret ach ich muss eigentlich auch langsam mal Schluss machen dann da haben wir noch Box of Rockets da haben wir den Raketen wasser äh warum denn nicht weil ich grün bin weil ich grün bin soll ich vielleicht nicht so lange hier rumeiern während ich diesen Schutz und die Grenze Zeit habe ups falsche Waffe passt schon Tod ist Tod ne Tod ist Tod würde ich sagen wo der Schutz halt nicht ewig ist soll der vielleicht mal ah zu spät zu spät ah perfekt ist hier noch irgendwo ein Secret vielleicht soll die denn die Schalter die man drücken kann ne ne oh guck ich hörts noch her lass paar Dämonen in die Fresse hauen ähm ne toll mit dem Sieger kann ich jetzt gar nichts anfangen ähm da bin ich reingekommen da bin ich reingekommen immer so wichtig jetzt ist da noch was oder bügen wir das noch ein ich hab's auf kack ne nur sagt ihr die Zeit nur sagt ihr die Zeit also genau genommen sagt die Uhr gar nichts und wenn doch dann solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen weil wenn Uhren anfangen mit dir zu reden wird's halt kritisch das Problem ist das habe ich keinen Schutzanzug mehr ne ne Moment mal das ist doch ein Geheimnis oder was ist denn das denn für ein Secret der komplette Verarsche hier der komplette Verarsche hier jetzt müssen die langsam wieder wegen Sparsame in den Raketen werden jetzt müssen die langsam wieder wegen Sparsame in den Raketen werden so mal wieder ein bisschen Shotgun benutzen Faust tut mir schon weh natürlich mal so ein bisschen gegenseitig vielleicht nein ok wenn man vielleicht alles selbst macht dann wird's halt nicht gemacht ne wenn man nicht alles selbst macht dann macht's halt keiner schlimm 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 ich hasse diese kleinen Dinger den Spawner gab's als den Doom 2 da bin mir ziemlich sicher den hasse ich noch mehr der spawnt diese Dinger Schnauze da hinten hmmm ich mag dieses Geblinke nicht ich finde das irgendwie unangenehm ich weiß nicht was hätten sie sich sparen können so da ist noch eine oh toll ich hab wieder keinen Schutzanzug jetzt so unfällig bin ich einen zu finden äh äh Minitüren die so aus als wenn sie nutzen sind nicht nützlos und ich bekomme sie überall hin ohne in die Säulen zu müssen so oh dann muss ich jetzt noch hier die Minitüren finden ah geil Ich habe anschließend es kann wir sehen können Bis zum nächsten Mal.